Hi, ich bin's, David, der Dr. Brandt. Ich bin gerade aus der TU Chemnitz raus, auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Und das bedeutet, dass die Bildungsräume 2017 jetzt vorbei ist. Ich habe unheimlich viel Input bekommen, viele Vorträge gehört, die sehr spannend waren. Heute ging es nochmal im Detail darum, wie E-Learning tatsächlich in der Lehre eingesetzt werden kann, also in Form von Blogs, die Studierende selbst betreiben oder wie Videos in der Lehre eingesetzt werden können. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich mir auch gleich einen Kontakt an die Wirtschaftsuni in Wien gemacht. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Ich denke, dass das unter Umständen sehr fruchtbar sein kann. Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich im Zug nach Hause. Und wie versprochen, gibt es dann demnächst nochmal eine Zusammenfassung. Bis dahin, ciao!